Hau einfach die Scheibe kaputt mit dem Gitter. Das ist eh schon angeschlagen. Ja, jetzt hab ich's auch gelesen. Danke. Boah, die Gräuelschen sind widerlich. Achso. Jetzt hab ich voll die Alien Isolation Flashbacks. Aber hier kommen wir immer noch nicht ran. Wir kriegen immer noch kein Omnitool. Gut, ich weiß auch gar nicht, wo ich bin. Terminal Plant, Brake Room, Observation Tower, Observation Tunnel, Security, Tech Depot. Scheiße. Was ist das? Das ist nix. Ein Brake Room. Genau. Erstmal einen Kaffee trinken. Toiletten. In Videospielen. Ich hab da schlechte Erfahrungen mit. Boah, die sieht ja einladend aus. Da würde ich mich auch definieren. Kann ich eigentlich nur die Brille runter tun? Nee, kann ich nicht. Wow. Die ist so eklig, dass die sogar stehen bleiben. Aber ich kann mich hier einschließen, falls was ist. Okay, da ist nix. Das macht mich ein bisschen nervös, dass ich sämtliche Türen hier auf und zu machen kann. Das ist so ein Geier. Ich hätte gern einen Tee. Was? Curry Mix? Reis? Spinat? Miso? Oh, Miso-Suppe. Wie funktioniert das? Man, Sprint? Okay, ich hätte gern eine Miso-Suppe. Mach mir bitte eine Miso-Suppe. Hallo. Ja, mit Reis. Genau. Komm. Mit Reis. Ich komm nicht näher ran. Mit Reis und Dieted Beef. Oder Nudeln. Ja, komm. Das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Mach! Oder kommt es da nur raus? Das ist ein Kühlschrank. So viel habe ich auch schon verstanden. Mann, ich habe gedacht, ich kann mir was zu essen machen. Wie cool wäre das denn, ey. So wie im fünfte Element. Sag ich immer. Sowas will ich unbedingt haben. Kaffee-Maschine. Okay. Ich mache mehr Lärm, als ich eigentlich sollte, nicht wahr? Und wie immer bei einem Horror-Spiel. Am Anfang ist alles noch so schön und so cool. Und ja. Später habe ich keinen Bock mehr. Okay. Was sagt ihr da? Hau einfach die Scheibe, guck mal. Ach so, ja. Gut. Okay. Okay. Welche Waffen? Schrauben drehen, Muttern drehen. Das sieht... Was? Statt selber zu, Heimat zu. Heimat zu. Okay, sie haben ja Roboter hergestellt. Sieht so aus. Und es sind irgendwelche Drohnen oder so ein Kram. Uah. Was war denn das? Warum? Uah. Wieso habe ich gerade so einen komischen... Ihr habt das auch gesehen, oder? Patos. Sorry. Was? Hey, you. Kannst du sprechen? Kannst du sprechen wie die anderen? Ja. Warum bist du so? Was? Was war das? Was? Zum Geier war das. Oh, ich wusste es. Dieses Arschloch. Oh, fucking hell. Okay. Das ist mir gegen komische Roboter. R1 gedrückt. Och, ne. Ich hasse sowas. Hallo? Okay, der ist durch. Okay. Wir hatten gerade eine Nachricht gehört von einer Arbeiterin, die diese Roboter hier irgendwie wartet. Okay. Nicht in deiner Haut stecke. Ja, toll. Danke. Das... Du weißt gar nicht, wie oft ich das eigentlich immer in den Horror-Streams immer lese. So. Ja. Zum Glück muss ich nicht spielen. Hm. Diese Dinge. Ist der da drin? Was war das? Kann der sich nicht schneller umdrehen? Ich kann auch rennen, ne? Ich wollte nur sicher gehen. Was? 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 Ich hab Angst. Dr. Haltwurm wegen Drüse dazu erzeugen sie weniger Geräusch. Von wem entdeckt zu werden? Sag mir doch erstmal, was hier los ist. Fünf. Ich will nicht. Lass mich raus. Lass mich raus. Kacke. Alter, was ist so geil. Was ist denn mit diesen Roboter? Bopsch. Ja, natürlich ist das die einzigste Tür, die ich aufmachen kann. Das ist ein wichtiges Detail, das muss gesagt sein. Alter, Devil Rift. Wenn ich wenigstens eine Taschenlampe hätte. Was zum Geier ist hier passiert? Wo zum Geier ist das Ding? Was war hier drin? Oh. Macht doch nicht sowas. Hey. So ein komisches Omnitool. Omnitool, was? Fortschritt, Interface, Zugriff, Verwaltung, Steuern, Computergeschütze, Systeme, bla bla bla, Onboard, KI, Open Source, Benutzer. Ach du Scheiße. Vor allem, was bringt mir das jetzt, bitteschön? Zum Upgrade ihres Geräts stecken sie einfach eine Erweiterungskarte in den Haupt- oder Zusatzsteckplatz. Da 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 da. Beachten sie. Da 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 da. Ja. Okay. Ich nehm's einfach. Heimat. AI Helper Jane. Hatten wir nicht... Hatten wir nicht... ganz am Anfang in der Cutscene mit Jane geredet? Hey, den gleichen... den gleichen Dings hatte ich, äh... Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann gerade auch mal mehr reden, ne? Das entspannt mich jetzt schon ein bisschen. Ähm. Irgendwas wollte ich sagen, jetzt hab ich's echt vergessen. Wie kann ich denn das Multitool überhaupt aufmachen? Ah. Ja, das ist das. Aber... Wie kann ich's aufmachen? Wo nicht? Wo nicht? Ich dachte, ich könnte's irgendwie benutzen. Anscheinend. Ähm, ja. Ganz anfangs... Alter. Den. Der. Die. Hat zerwischt. Aber volle Lotte. Wo ist mich jetzt nicht? Ich hab keine Ahnung. Das ist schleimige Geräusche. Mann, hör doch mal auf, hier alles rumzuschmeißen. Okay. Wir wissen ja, wir wissen ja, äh, wir wissen ja, äh, wir wissen ja ganz genau, dass, dass, äh, wir ein Multitool gebraucht hatten. Ganz am Anfang. Ich hab's so... Ich hab's nicht... Irgendwie grad... bisschen kräftig. Kommt das Ding jetzt da runter, oder nicht? Das ist so geil. Ja, wenn die einfach so aus der Decke rausschießen können. Okay. Die Tür ist zu. Fuck. Mann, ich will ne Taschenlampe. Ich will sowas von ne Taschenlampe. Scheiße, wir sind... Fuck, wir sind auf falschen Seiten. Kann ich das Schloss vielleicht? Ich mein, hier ist alles abgeschlossen. Okay, ich geh erstmal hier runter. Mit Omnitool schwenken. Error. Toll. Fehler 4, 0, 4. Alles klar. Wir brauchen wahrscheinlich erst ne Berechtigung. Oder sowas. Warte mal, da ist so ein Feuerlöscher. Wir werden was testen. Komm, in den Filmen klappt das auch immer mit so einem Feuerlöscher so ein Schloss aufknacken. Das geht immer. Ja. Okay. Alter. Okay, gut. Dann halt nicht. Okay. Das geht nicht. Die Tür. Und abgeschlossen. Hier geht auch nix. Die können wir zumachen. Mach doch nicht sowas. Warum muss denn jetzt auch der Strom weg sein? Hat mir die Tür hier nicht zugemacht? Ich mach mal zu. Ah. Walscher Knopf. Das hier nichts leise funktioniert. Was? Wieso kann ich den Strom eigentlich nicht wieder anmachen? Also. Scheint an zu sein. Okay, ähm. Joa. Machen wir das mal. Was? Zum Zugriff Omnitool einfügen. Habe ich doch gemacht. Hallo. Ach so. Pilotensitz aktiviert. Ah. Ah. Bin mir nicht sicher. Was können wir da noch eigentlich machen? Ah, ich guck grad mal. Inventar. Unbekannte Kontaminierung. Alle Heimatskampfanzüge werden in Omikron aufbewahrt. Äh. Progress Scan. Systemstatus. Warnung. Fernzugriff abgelehnt. Warnung. Server offline. Warnung. Hauptschule ausgesetzt. Programm unswolle sich beweigern. Notwolle sie 13 Tage verbleiben. Was? Was heißt, sie 13 Tage verbleiben? Ah. Oh. Was? Werkzeugchip. Ist nicht. Cortex. Ist nicht. Werkzeugfreistellung. Werkzeugkastenfreistellung. Ah. Orientierung. Ich weiß, sie sagten, dass die Technikäns führer werden würde vollen Akzess durch die Pesos 2. Ich bin hier für euch sagen, dass das nicht passieren wird. Geh mir falsch. Ich will nicht in deinem Weg. Wir brauchen euch alle, um dieses Ort zu gehen. Aber es muss zumindest ein bisschen Sicherheit sein. Ich will nicht hören, dass ihr in eine Quarantinung im Umikron. Und einfach nicht die ganze Zeit mit einem Virus. Oder was sie da machen. Das ist das, was ihr könnt. Du kannst es nutzen, um die Tür zu öffnen. Basically, alle von ihnen. Wenn du nicht, ist etwas falsch, oder jemand wollte dich da. Dann, was du? Du schubst das Omnitool in einen Terminal, und wirst du, ob du es nicht um ihn kann. Ich meine, manchmal musst du ihn in die Pläne, wo du nicht belong bist. Findest du ein Weg. Du bist ein Ingenieur, um zu kreieren. Was noch? Geh dir deine Geer, und nicht ein Arschluss. Das ist es wirklich. Mein Name ist John Strohmeyer, Pathos-2-Sicherungsoperative. Ich habe ein Office bei Theta. Komm, sieh mir, wenn du keine Probleme hast, dass du dich selbst nicht beantworten kannst. Glückwunsch. Vielen Dank. Okay. Ich denke mal. Das heißt, wir kriegen hier so Chips, oder was? Level 3. Okay. Ich... 2-Chip. 2-Chip. Werkzeugchip gefunden. Äh... Ups. Entschuldigung. Warte mal gucken, ob ich da noch mehr... Also es ist auch Level 3. Ich glaub, die sind... Ja. Okay, warte mal. Werkzeugchip. Werkzeugchip verwalten. Update. 2-Chip. 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 Okay. Cool. Danke. Bitte Omnitool entfernen. 2-Chip. Level 3. Haben wir jetzt. Zur Verfügung. Okay. Okay. Okay, das heißt, wir haben jetzt für irgendeine Türen Upgate... äh... Update... gekriegt. Stopp. Aber... Ich frage mich jetzt gerade noch, was zum Geier können wir jetzt hier machen? Können wir wieder zurück? Oder was ist hier los? Ah, verdammt. Was zum Geier ist hier los? In Bearbeitung. What? Ich sag doch, die Matrix! Guck mal in den Werkzeugkasten. Ah, ich doch. Pilotensitz Y3 offline. Pilotenstatus. Kein Piloten. Piloten, Blackbox, Synchronisation. Kein Piloten. Verbindungsstatus. Offline. Ich weiß nicht. Aber könnten wir uns vielleicht mal einen von diesen Anzügen nehmen oder so? Ich glaub, die haben Taschenlampen eingebaut. Also wir haben auf jeden Fall unser Tool jetzt geupgradet. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass es auf R1 ist anstatt auf L1. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hier konnten wir vorhin aber noch nicht lang. Wieso zum Geier? Hä? Wann ist denn das passiert? Das sind die ganzen Tore. Hier waren wir vorhin. Und irgendjemand hat... Irgendjemand schleicht hier rum, ohne dass ich's mitkriege. ... Bitte beiß mich jetzt nicht in den Arsch. So. Omnitool. Mach was. Tür zu. Tür zu. Okay. Gut, dann eben nicht... Äh, was? Okay. Das ist... merkwürdig hübsch. Damit meine ich jetzt nicht nur die Grafik, sondern allgemein. Was zum Geier ist denn hier los? Was ist denn hier los? Statt zu arbeiten, malt einer hier Fischchen. Das seh ich doch. Hier. Oh, komische Fische. Da waren Kugelfisch! Hab's gesehen. Komische Haie fallen mit irgendwas. Wasser. Wär das nicht mega... Wo zum... Ist das ein Flugzeug? Da ist ein abgestütztes Flugzeug. What? Du stehst schon im Flur. Wieso neigst du dich da noch? Ja, ich wollte doch noch mal gucken. Und ich wollte noch mal mich selber dran erinnern, was? Ich wollte doch noch mal selber mich erinnern, wo zum Geier das nochmal war. War das jetzt R1 oder war's L1? Was? Data-Buffer erwähnt. Amy, bin ich da. Was? 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 Verlassen. Bis auf der eine dahinten im Raum. Der hat es anscheinend nicht mehr geschafft. Der hat sich Hals über Kopf verloren. Was? Na ja, wenn hier nix mehr ist, dann ist hier nix mehr, oder? Security, das klingt doch gut. Was? Oh nein. Was? Oh mein Gott. Was hab ich gemacht? Ich hab doch nur... Was? Was zum Geier hab ich denn jetzt schon wieder kaputt gemacht? Ich sollte aufhören, Sachen anzuberühren. Alles mit gut anfangen. Gar nix mit gut! Was? Ich trau mich nicht immer Sachen anzufassen. Ich krieg ständig irgendwas. Was? Was war das? Ich trau mich nicht mehr. Okay, die Dinger scheinen einen zu heilen. Oh, das Spiel hat gespeichert. Mir fällt jetzt auf, die Dinger sehen so ein bisschen aus wie diese, äh wie heißt das, so Neuronen quasi, also so diese Gehirnzellen so ein bisschen. Ich bin... Gibt's eigentlich auch irgendein Spiel, in dem ich nicht durch den verdammten Lüftungsschach kriechen muss. Na klar, mach hinter mir zu. Oh oh. Was steht da? Robot Assembly. Das ist nur ein Gang. Das ist... ein Gang. Wird schon nichts passieren. Dann ist es nur ein Gang. Es ist nur ein Gang. Das ist nur ein Gang. Was ist so geil? Was war das? Was war das? Ich kann nicht um die Ecke gucken. Da lang. Da lang ist gut. Da lang ist gut. Da ist eine Tür. Die nehmen wir jetzt. Gibt alles gut. Wo sind wir hier? Exhaust. Exhaust. Auspuff? Wird. Ihr habt das... Ihr habt die Schritte auch gehört, oder? Da bilde ich mir schon wieder nur Sachen ein. Stationskontrolle. Das klingt doch ganz freundlich. Ich bin nur mal da, ja. Oh Gott. Äh. Das sieht auf... Oh nein. Das sieht auf einmal gar nicht mehr so freundlich aus. Das ist ja nichts hier. Alles easy. Gar kein Problem. Alles gefixt. Ah. Ähm. Wo sind wir? Bist du böse? Du siehst ein bisschen aus wie ein größerer Brawley. Du bist eigentlich böse. Ich traue dem Ding überhaupt nicht. Ich lese mal kurz. Don't touch the structure. Auf keinen Fall das Strukturgel Leck berühren. Sein Effekt auf die Wow kann nicht bestätigt werden. Störfall wurde bereits SSI Wolke Gemeldet. Okay. Also nicht das schwarze Zeug berühren. Und jetzt. Der Fernseher hat sich gerade geschehen. Himmel. Himmelarsch ins Leben. Wir reden erst mal. Hey. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Funksignal blockiert zu wenig Strom. Hey. Der zapft den Strom an. Okay. Hey, gut. Ich muss mal... Es ist okay für dich, wenn... Es ist okay für dich, wenn... Ich habe mich nicht ausgestattet. Ich brauche es! Ich... Ich war... Ich war okay. Ich war glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020